Ich saß dann also wirklich, wie in einem Film, vor meinem Rechner. 300 Dollar. Ich muss ehrlich sagen, 300 Dollar für einen Instagram-Hack fand ich relativ wenig. Das heißt, der Ark war innerhalb von 6 Minuten... Kein Clickbait. Mein Account bzw. meine Account sind tatsächlich weg. Die Mail ist geändert, das Passwort ist geändert, ich habe keinen Zugriff mehr. Genauer gesagt handelt es sich um zwei Instagram-Profile. Und das Bizarre ist, das eine habe ich erstellt für genau dieses Selbstexperiment, weil ich im Darknet bei einer Hacker-Organisation, die genau das im großen Stil anbieten, eben zeigen wollte, ob es funktioniert oder nicht. Das andere Profil ist jetzt allerdings ein sehr teurer Kollateralschaden. Wie das Ganze also jetzt genau vonstatten gegangen ist und welchen Plottwist dieses Experiment noch zu bieten hat, erfahrt ihr jetzt. Okay Leute, eigentlich sollte diese Woche ein anderes Video kommen, nämlich zum Thema Krypto-Trading-Signale von YouTubern. Die haben wir jetzt ein paar Wochen getestet und wollten einfach mal zeigen, können die was oder können die nichts. Aber dieses Video ist jetzt tatsächlich relativ spontan dazwischengekommen. Vor zwei Wochen haben wir nämlich ein Video gemacht zum Thema Darknet und Hacker-Guides. Die haben wir dort runtergeladen bzw. uns gekauft und dann innerhalb von 24 Stunden probiert, selber hacken zu lernen bzw. ein zweiter Handy von Chris wollten wir hacken mit diesen ganzen Tools. Ein paar von euch haben in die Kommentare geschrieben, dass wir uns damit schon strafbar gemacht hätten, weil wir haben die gekauft, runtergeladen und im Endeffekt benutzt. Und da habe ich den lieben Rechtsanwalt Christian Solmöcke mal gefragt, ist das so? Können wir da vielleicht irgendwie noch an den Pranger gestellt werden für? Und das ist an dieser Stelle seine Antwort. Wenn ich mir How-To-Hack-Anleitung aus dem Dark Web runterlade, dann ist das noch nicht strafbar. Denn selbst wenn das Hacken eines Handys strafbar ist, dann ist das Kaufen der Anleitung dazu noch kein Versuch dieser Tat. Der Versuch, der beginnt erst, wenn ich anfange, mich an dem Handy zu schaffen zu machen. Ihr habt es gehört, da es sich in dem Fall um unser eigenes Handy handelt, ist es kein Problem. Möchte aber an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr das jetzt bei Freunden macht und selbst wenn es irgendwie ein Prank ist oder ein Scherz oder so, gerade mit dieser dritten Methode, wo da irgendwie so die Selfie-Cam angeht, macht ihr euch tatsächlich strafbar. Und das habe ich auch im Fazit benannt. Möchte aber an dieser Stelle auch nochmal, dass die Autorität das sagt. Es kommen folgende Straftatbestände in Betracht. Da haben wir zunächst mal 202a Strafgesetzbuch. Das ist das Ausspähen von Daten, also dem klassischen Hacking. Da droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder eine Geldstrafe. Ihr erinnert euch an Video 1. Da haben wir das schon mal probiert. Wir haben einen Darknet-Hacker beauftragt, aber der hat uns gescammt. Deswegen glaube ich, es hat nicht geklappt. So die 800 Euro sind gescammt. Und wir haben durch einen Martin Frost oder auch einen Simon in Open Mind gelernt, dass viele dort nur darauf aus sind. Das heißt, die bieten irgendwelche Hack-Dienstleistungen an. Hey, ich hacke iPhones in 24 Stunden, YouTube-Accounts. Und wenn du das dann kaufst, dann kriegst du keine Antwort mehr oder wirst geblockt. So wie wir. Weil die eben darauf spekulieren, dass wenn du das jetzt bei deiner Ex-Freundin machst, du ja nicht zur Polizei gehen kannst und sagst, Hey, ich habe 300 Dollar bezahlt, dass meine Ex-Freundin gehackt wird, weil du ja im Endeffekt in dem Moment eine Straftat ausgeübt hast. Beziehungsweise eine Anstiftung zu einer Straftat. Deshalb sind wir diesmal anders vorgegangen. Wir haben uns angeguckt, was verkaufen die Leute unter Fraud und Hacking. Und das sind meistens Tools, Guides, Kreditkartenbetrügerei und so weiter. Aber eher so Anleitungen als Dienstleistung. Wir haben dann bei einem Anbieter, der wirklich viele positive Bewertungen hatte, ein paar Orders platziert. Eins war dieser Hacker-Guide aus dem Video, das ihr gesehen habt. Ein paar andere Dinge haben wir einfach nur gekauft, um Kontakt aufzubauen. Beziehungsweise so ein bisschen Reputation. Das heißt, gekauft, schnell bezahlt, in den Chat rein. Ein, zwei Zeilen. Hey, Dankeschön, hat perfekt funktioniert. Einfach nur, dass er weiß, wer wir sind. Und dann eine Woche später bin ich beigegangen und habe gesagt, Hey, wir haben jetzt bei dir eigentlich alles irgendwie gekauft. Wir sind super happy. Aber bietest du denn auch so eine Dienstleistung an? Also kannst du vielleicht auch selber hacken? Weil das würde ich auch gerne in Anspruch nehmen. Das hat dann gedauert, gedauert. Und dann schrieb er zurück. Man muss auch sagen, diese Foren sind manchmal down. Das, keine Ahnung, man wird getimeoutet und so weiter. Und irgendwann schrieb er, nee, ich selber mache das nicht. Oder sie, man weiß es ja nicht. Aber ich kenne jemanden, beziehungsweise eine Gruppe, die macht das. Aber die würden mit uns wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten. Warum? Weil wir einfach zu wenig History haben. Simon hat uns ja schon für das letzte Video von diesen Hacking-Guides so ein bisschen History gegeben. Seine alten Benutzernamen, auch so ein paar Insights, die man eben nicht kannte. Und er sagt, das reicht da wahrscheinlich nicht mal aus. Man bräuchte noch mehr. Und man hat schon gemerkt, okay, der Typ ist skeptisch. Aber der hat eben auch Geld gerochen. Weil diese Vermittlung zu dieser Hacker-Group, die kostet. Und dann wurde er, glaube ich, irgendwann schwach. Und sagt, okay, weißt du was? Ja, kann sein. Naja, diese ganzen Foren waren auch down. Also man konnte das nicht wirklich belegen. Und er konnte auch nicht wirklich gucken, ob das eben stimmte. Hat dann gesagt, komm, lass uns einfach mal zu Jabber. Ich in dem Moment Jabber. Ich gebe das so bei Google ein. Finde irgendwas. Keine Ahnung gehabt, ehrlich gesagt. Hat mir dann irgendwas geschickt. So Pitkin. Ich dachte, Pitkin? I don't know. Martin Frost angerufen. Und der sagt, ja, das klingt nach Szene. Ein verschlüsselter Messenger. Den lädt man sich runter. Und der wird wohl oft benutzt bei solchen Leuten, die tendenziell dann auch eine Dienstleistung verkaufen, die anscheinend ausgeführt wird. Also eben nicht so ein Scare. Ich saß dann also wirklich wie in einem Film vor meinem Rechner und hab das gemacht. Runtergeladen, mit Martin telefoniert. Telefoniert, Server eingegeben und so weiter. Am Ende des Tages stand das Ding und ich hab diesem Typen eine Nachricht auf diesem Jabber Pitkin Client geschickt. Das Ganze ist eben verschlüsselt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hab mich nicht getraut, in dem Moment OBS anzumachen. Weil ich mir so dachte, okay, ey, wenn hier alles verschlüsselt ist und du lädst extra noch so ein Protokoll runter, so ein Sicherheitsding und so. Ich mach jetzt OBS an, dann wird da wahrscheinlich stehen, jo, das wird gerade recorded. Ähnlich wie bei Snapchat, wenn dir einer irgendwas schickt und du machst einen Screenshot, dann wird das ja angezeigt. Und deshalb mussten wir an dieser Stelle diese Szene eben auch nachstellen. Ja, und so verlief dieser Chat. Also erstmal keine Namen. Ich hab sofort nachgefragt, können die denn alles hacken? Also jede Social Media Plattform, Instagram, YouTube, er sagt alles. Überhaupt kein Problem. Okay, wie teuer ist es, wenn du jetzt den Kontakt herstellst? Und dann hab ich mich verwundert, er sagt nämlich 10 Dollar. Ich so, 10 Dollar. Also dafür jetzt der ganze Aufwand, Jabber, runterladen, verschlüsselter Client und so weiter. Okay, schick mir seine Adresse, wir haben nicht lange überlegt, hat das Geld dorthin gesendet und jetzt kommt's. Die Bitcoin sind angekommen. Und dann schickt er mir drei E-Mail-Adressen. Und wir blurren jetzt an dieser Stelle diese Adresse, aber auch der Name davor war wie aus einem Film. Ne, who am I oder so, irgend so ein Hacker-Film. So, er schickt also diese Adressen, dazu ein Code und sagt, pack diesen Code in den Betreff und melde dich innerhalb von 24 Stunden, weil die sind busy und danach funktioniert der Zugang nicht mehr. Bin ehrlich zu euch, Leute. Ich sitze da vor meinem Laptop, lese das, ich muss schmunzeln und denke, okay, keine Ahnung, warum der Typ jetzt nur 10 Dollar von mir genommen hat. Hab dann trotzdem einen Web.de-Account gemacht. Ja, einen Einzeiler hingepackt, oben den Code rein, hab gesagt, jo, ich hab da einen Account, den ich gerne hacken würde. Bin ins Bett gegangen, hab den Laptop zugeklappt, aber natürlich nie gedacht, dass da wirklich eine Antwort kommt. Nächster Morgen. Ich setze mich hier an meinen Rechner, mache meinen ganzen Stuff, denke irgendwann, ah, okay, stimmt, ich kann ja mal bei Web.de gucken. Schaue rein und habe tatsächlich von denen eine Mail bekommen. Und zwar schon um 6.07 Uhr in der Früh. Klar, Zeitverschiebung und so weiter, keine Ahnung, wo die herkommen. Die schreiben, Client, yes, indeed, we can do that for you. Any Social Media Hack, natürlich auch Instagram. Das hatte ich auch in meiner ersten Mail geschrieben, hab gesagt, hey, ganz explizit könnt ihr einen Instagram-Account hacken. Dann sagen sie, wir bekommen den Full Access, also sie würden den so hacken, dass man Login-Daten hat, Passwort und so weiter. Oder, keine Ahnung, was damit gemeint ist, sie können auch alles mit dem Account machen, was man will. Vielleicht irgendwelche Bilder ändern, vielleicht dafür sorgen, dass, keine Ahnung, irgendwas mit dem Account passiert oder so. Payment ist natürlich Bitcoin und das Ganze würde nur ein bis drei Tage dauern, bis wir sozusagen Access bekommen, nachdem, klar, das Geld bei denen drauf ist. Dann fand ich ganz witzig, wenn man nicht komplett happy ist, also wenn ich sage, ich weiß nicht, kam irgendwie ein bisschen zu spät oder so, gibt es eine Refund-Policy. Ja, keine Ahnung, Paypal-Käuferschutz oder so auf web.de. Und wenn ich weiter mit denen jetzt schreiben will, dann soll ich einfach auf diese E-Mail antworten. Habe ich natürlich sofort gemacht. Und die wollten aber schon nochmal wissen, okay, woher, ja, bevor wir jetzt gleich ins Eingemachte gehen, bevor du uns direkt das Target nennst und so, woher hast du unseren Kontakt? Na, die waren also auch wieder so ein bisschen suspicious, haben gesagt, hey, wir wissen, es gibt Leute, die verkaufen unseren Kontakt. Wir wollen ganz genau wissen, von wem, wann hast du es bekommen, in welchem Forum. Habe ich denen dann natürlich geschickt, ist ja kein Problem. Und dann kam auch wirklich sofort die Adresse, wo wir Bitcoins überweisen sollten. Und zwar 300 Dollar. Ich muss ehrlich sagen, 300 Dollar für einen Instagram-Hack fand ich relativ wenig. Also ich hätte jetzt echt so mit 1.000, 2.000, vielleicht sogar noch mehr gerechnet. Aber es waren 300. Und sobald das Ganze ankommt, würden die sozusagen sofort starten, damit zu arbeiten. So, wir haben nicht lange überlegt, haben das hingesendet. Und dann kam wirklich von denen nur noch eine Mail, wo sie sagen, hey, schreib uns ganz genau, wer ist das Target? Hast du irgendwelche Informationen? Ich habe kurz überlegt, meinen Instagram-Account zu nehmen, weil ich so dachte, okay, wenn die es wirklich schaffen, keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich auch viele Nachrichten bekommen, so hey, Torben, wurdest du vielleicht gehackt und so weiter. Vielleicht hatte ich erst gedacht, lasse ich das Profilbild ändern. Aber dann dachte ich mir, hm, vielleicht ist das nicht so schlau, so ein Video darüber zu machen, sich selber zu hacken. Also vielleicht gefällt das auch Instagram nicht. Deshalb habe ich einen Fake erstellt. Und zwar den lieben Franjo Beutlin. Ja, Franjo Beutlin ist Klavierliebhaber, ist ein Feuermacher im Herzen der Frauen Eigenheim. Nein, danke, das kommt für mich nicht in Frage. Kriert Filme auf anderen Plattformen. Und ich habe einfach von Google Bilder so einen typischen F***boy, so ein Model-Bild einfach genommen. Habe das da eingefügt. Ich hoffe, der guckt hier nicht dieses Video jetzt. Und das war im Endeffekt der Account. So, dann ging es natürlich um das Passwort. Und ich weiß ja noch, gerade Thema Brute Force und so weiter. Wenn du jetzt irgendwie so ein Passwort hast, 1, 2, 3, ist das natürlich recht simpel zu hacken. Deshalb, können wir euch an der Stelle auch mal einblenden, habe ich extra ein Passwort genommen, wo selbst Instagram sagt, das ist sehr sicher. Was ich nicht gemacht habe, ist eine Zwei-Stufen-Authentifizierung. Naja, das Ganze lief dann auch natürlich alles mit Fake-Daten und so weiter. Aber dieses Passwort habe ich im Endeffekt eingestellt, habe nur die URL genommen, den Hackern geschickt und dann kam einfach nur noch zurück, okay, thanks. Ja, momentan ist Wochenende. Es kann also sein, dass wir erst morgen anfangen, daran zu arbeiten. Also haben sich vielleicht direkt so eine Karenz von dem Tag gegeben. Und das war's. Okay, zwei Wochen sind seitdem vergangen. Und bevor ich euch jetzt gleich das Ergebnis zeige, nochmal ganz kurz an dieser Stelle etwas zum Recht. Schauen wir also mal, ob wir uns hier wirklich strafbar gemacht haben, denn tatsächlich ist relativ eindeutig, wie hier vorgegangen wurde. Wenn ich meine eigenen Profile hacke, dann kommt es darauf an, wie der Hack genau funktioniert. Wenn man nur irgendwie das Passwort errät und dazu technische Hilfsmittel verwendet und nicht auf irgendwelche zugangsgesicherten Daten von Meta oder Google zugreift, dann ist das straflos, denn dann werden nur die Daten des Social-Media-Profils zugegriffen und man hat dazu eine rechtfertigende Einwilligung. Anders wäre es allerdings, wenn man auf das Betriebssystem von Meta oder Google zugreift. Hier kommen je nach technischem Vorgehen wieder die ganzen Hacking-Strafnormen in Betracht. So, jetzt aber zum Mailverlauf. Also, am 21. schrieben die Hacker, sie wollten nochmal Informationen haben, was sie denn genau machen sollen. Ich habe dann irgendwie so überlegt, vielleicht ist es cool, wenn die das Profilbild ändern, weil dann könnte man so aktualisieren, auch für dieses Video. Da ist ja irgendwie so ein Profilbild von einem Clown oder sowas und dann wüsste man, okay, der Hack ist gehackt. So, daraufhin schrieben sie mir aber am 22. dass das komplett unsinnig sei und ich das ja selber machen könne, wenn sie das PV ändern. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen verwirrt, weil vorher hatten sie ja genau das angeboten. Sie haben gesagt, entweder machen wir was mit dem Hack oder wir hacken den, dass du sozusagen den Zugriff hast. Ich habe dann trotzdem relativ simpel geantwortet, weil ich wollte nicht noch mehr irgendwie Diskussionen, meinte, okay, ihr habt recht, ich mache alles selber, ich brauche einfach nur das Passwort. Und dann hörte ich bis zum 25. erstmal nichts. Und das war schon ungewöhnlich, weil eigentlich haben die immer nur ein bis zwei Tage gebraucht und ich habe da einfach mal nachgefragt. Ich habe gesagt, hey, wie sieht es eigentlich aus? Am 27. schrieben sie dann, hey, wir dachten, du gibst uns noch mehr Infos, ja, und ob das Target und die Intention immer noch gleich sein. Und ich dachte so, ja, hey, klar, ich habe ja nur einen Insta-Target geschrieben und ich wollte das Passwort, also da gibt es ja gar nicht so viel Spielraum. Habe dann aber trotzdem relativ freundlich zurückgeschrieben, gesagt, ja, wie gesagt, gleiches Target, bitte einfach nur Passwort. Und dann wollten sie erst Zeit bis zum Wochenende und dann habe ich nochmal nachgefragt und dann wollten sie 24 Stunden und dann, bam, am 2.7. am Freitag um 19.31 Uhr, perfektes Timing für das Fazit für das Video hier, schicken sie mir ein Passwort. Ich sitze am Rechner, recorde das Ganze mit OBS, wollte das direkt hier einfügen, gebt das Passwort ein und es ist inkorrekt. Und ich habe innerhalb von zwei Minuten zurückgeschrieben, meinte so, hä, das Passwort geht nicht. Bin dann in den Account rein, habe geguckt, ist irgendwas passiert, keine Attempts, wir hatten auch nur einen einzigen Follow, also ein Dude, der uns wirklich da gefolgt ist. Das Passwort funktionierte nicht und augenscheinlich hatten die auch gar nichts gemacht. So, daraufhin schrieben die dann, hey, hast du denn auch einen VPN benutzt? Keine Ahnung, wofür einen VPN? Und sagten mir dann sogar noch, sie wollten mich nicht blamen, ja, aber wollten einfach nur mal nachhaken. Ja, und das war der Moment, wo wir ehrlich gesagt gar nichts mehr gecheckt haben. Ich meine, die hatten unsere 300 Dollar, die haben nicht nach mehr Geld gefragt, aber trotzdem war das alles irgendwie nur, ja, weiß ich nicht, Zeitschinderei. Ja, irgendwelche sinnlosen Chats, Passwort ist falsch, sie haben augenscheinlich nichts gemacht, wofür das Ganze? Also, warum uns sozusagen hinhalten? Ich habe dann den lieben Morpheus gefragt, Grüße gehen raus, der ist gerade im Urlaub und der hat mir ein Video aufgenommen, gibt es eine Möglichkeit, dass sie mir echt ein PW schicken, ohne dass ich das als Owner sozusagen mitbekomme? Und das ist ein Video. Also, eigentlich gibt es drei Möglichkeiten, wie man einen Instagram-Account hacken kann. Die erste Möglichkeit ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich, würde ich behaupten. Und zwar, die Hacker könnten Instagram-Server direkt angreifen und dort eine Schwachstelle finden, damit auf den Server eindringen und quasi voll Zugriff auf Instagram haben. Ich glaube aber nicht, dass deine Hacker das wirklich können. Die zweite Möglichkeit ist ein bisschen wahrscheinlicher, aber immer noch sehr unwahrscheinlich. Das wäre einmal das Bruteforcen von so einem Account. Das heißt, man probiert einfach wirklich jedes Passwort bei dem Account online einfach aus. Das ist allerdings ein sehr zeitaufwendiger Prozess, vor allem, wenn das Passwort ein bisschen komplizierter ist und deswegen auch nicht wirklich wahrscheinlich. Die einfachste Möglichkeit wäre Social Engineering. Das heißt, die Hacker werden eine E-Mail schicken an das Opfer, in dem Fall vielleicht dich, und dort dann versuchen, darüber das Opfer dazu zu bewegen, sein Passwort einfach freiwillig anzugeben. So, und jetzt kommt's. Ich sitze am Fazit dieses Videos, mache das Skript, wollte sagen, hey, keine Ahnung, warum die uns hinhalten, aber es ist anscheinend ein Scam und wollte nochmal ganz kurz Social Engineering erklären. Da kam ich auf die Idee, ich könnte ja mal in die Mail von Franny Beutlin schauen. Ich bin also einfach mal reingegangen und habe tatsächlich eine Phishing-Mail. Ich klicke also drauf, super obvious. Ja, es ging dann irgendwie um einen Account, der gemeldet wurde und ich musste wiederherstellen, bla bla bla. Ich gebe also diese ganzen Daten ein. Natürlich schon ein komisches Gefühl dabei, weil ich weiß ja, was jetzt gleich passiert. Ja, Passwort sagt er beim ersten Mal immer incorrect. Das haben die übrigens extra so gebaut. Ich habe es nämlich mehrere Male probiert, weil die sicherstellen wollen, dass man auch das Richtige eingibt. Schicke ab, ja, keine Zwei-Stufen-Authentifizierung. Und er sagt, ey, bloß nichts ändern. Jetzt bist du wirklich im Prozess. Und ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Weil wir haben genau das Gleiche gedacht und haben einfach nur gewartet, dass die Hacker sich wieder melden. Nur diese Mail, die ist bis heute nicht da. Das heißt, der Ack war innerhalb von sechs Minuten weg. Türkei hat sich eingeloggt, E-Mail-Adresse geändert, aber keine Ahnung, wer dahinter steckt. Sind es jetzt die Hacker, die irgendwann auch auf mich zukommen und sagen, ja, wir haben jetzt das Passwort. Vielleicht schicken sie sogar einen Screenshot oder so, dass sie im Ack sind und wollen mehr Geld. Schicken sie mir einfach so das Ganze. Oder war das eine komplett dritte Instanz, die mit diesen Hackern jetzt gar nichts zu tun hat. Aber das Ganze ließ uns gar keine Ruhe. Wir haben also mal diese Bitcoin-Adresse genommen, wo wir selber die 300 Dollar hin überwiesen haben. Und wir blenden euch die auch mal ein. Wer da also mal so ein bisschen Sherlock spielen will, könnt ihr gerne machen. Da scheint nicht viel Kohle drauf zu sein. Ich habe dann auch mal bei Gmx einen weiteren Fake erstellt, habe die angeschrieben. Die Mail hatte ich ja von denen. Und habe einfach mal einen komplett anderen Namen genannt. Einfach gesagt, ey, ich habe euren Kontakt von XY, den es einfach gar nicht gibt. Und ich bin so und so und das ist auch mein Username. Daraufhin kam von denen aber sofort eine Mail zurück, dass sie gesagt haben, nee, also den Ben, du erkennen wir nicht. Und sag nochmal ganz genau, in welchem Forum ist welcher Username. Das heißt, diese Kontaktanfrage oder diese Aufnahme mit denen, nehmen wir halt schon relativ ernst. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Part, der tatsächlich nicht zum Experiment gehörte. Denn wir haben auch keinen Zugriff mehr auf Stefan Weber von unserem letzten Video. Der war nämlich auf meinem zweiten Handy im gleichen Schlüsselbund. Und auch über diesen Account haben die Hacker jetzt den Zugriff. Auch da bekam ich nämlich eine Mail. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal selber hattet. Aber Instagram schickt dann sowas. Hey, wurde geändert. Ihr seht auch, in welche Mail. Und dann kannst du da draufdrücken und sozusagen den Axe securen. Habe ich gemacht. Aber dann kommt eben, Seite kann nicht angezeigt werden. Das heißt, tatsächlich haben wir jetzt keine Möglichkeit mehr, Franjo Beutlin und Stefan Weber zurückzubekommen. Außer man macht das irgendwie über Instagram jetzt. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Also erstmal natürlich eigene Dummheit, bei beiden Accounts das gleiche Passwort zu haben, war für mich irgendwie leichter mit den Fakes. Aber wir haben trotzdem nochmal drüber nachgedacht, warum konnten wir das nicht securen bei dieser Instagram-Mail. Und wir glauben, das liegt daran, dass der die Namen geändert hat und dadurch sozusagen die ID oben nicht mehr stimmte. Und deshalb diese Seite gar nicht angezeigt kommt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber das wäre auf jeden Fall eine leichte Möglichkeit, tatsächlich Leuten Accounts sofort zu klauen. Ja, das war es an dieser Stelle mit dem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich muss ehrlich sagen, Plottwist, es hat mich alles so sehr verwirrt. Ich kann nicht sagen, ist das Ganze jetzt ein gut gemachter Scam, also den die echt ernst nehmen, auch mit diesen 10 Dollar und so. Kommt noch irgendwas? Ich werde auf jeden Fall ein Update geben. Ihr könnt mir gerne auch bei Twitch folgen. Sehr wahrscheinlich werde ich heute Abend auch noch ein bisschen live sein und darüber sprechen, weil dieser ganze Case, ey, der ist jetzt seit zwei Wochen irgendwie in unserem Kopf. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal. Jeden Sonntag 18 Uhr gibt es hier weitere spannende Experimente und ich hoffe, dass ich jetzt nicht jedes Mal irgendwelche Accounts dafür verliere.